So, hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Anno1602. Wir sind hier, du bist hier, Schnabeltier. Wir wollten... Das war ja das, was wir wollten. Warte mal. Stopp. Hier, ich wollte dich fertig reparieren. Genau. Und hatte der noch Stoffe? Stoffe gab es noch und Holz gab es auch noch. Wunderbar. Genau. Was wir ja wollten, war, wir wollten nach oben flitzen. Da können wir vielleicht den mal nehmen. Wir wollten hier Tabak anbauen. Und das würde ich jetzt eigentlich auch wirklich mal machen. So. Und das bedeutet dann, dass wir halt wirklich Tabak anbauen. Theoretisch könnten wir da oben 1, 2, 3, 4, 5 Von mir aus nehmen wir hier nochmal ein paar mit. Holz haben wir ja keins. Holz müsste man vielleicht da oben anbauen. So, dann würden wir da auf jeden Fall mal hindüsen. Was wir hier momentan einfach holen, ist Erz. Genau, und in Zukunft wird es da Tabak geben. Ein Schiff wurde repariert. Das ist super. Und dann kannst du jetzt nämlich auch schon wieder Lebensmittel holen. Bäm. Und der hier, der kann leer werden. Weil wir ja keine Stoffe mehr holen. So, Lebensmittel. Genau, wunderbar. So, ähm. Was war hier? Hier war auch Tabak. Aber hier war ein Ureinwohner. Ach ja, warte mal. Ja, genau. Da habe ich ja wegen dem Erz. Genau. Habe ich da... Ne, habe ich nicht. Habe ich hier noch irgendwas? Auch nicht. So. Dann würde ich euch mal ausladen und euch mal ausladen. Und den Rest können wir eigentlich wieder runterbringen. Wobei wir hier eigentlich genug Steine haben. So, und dann ist eigentlich da die Überlegung, ob wir hier nicht vielleicht sogar Wald hinbauen. Ein Forsthaus. Einfach damit wir hier die Holzversorgung haben. Das wäre ja nur Werkzeug. Genau. So, dann würde ich da nochmal Wald aufforsten. Na, komm. So. Okay, machen wir das so. Machen wir das so. Manchmal ist das ein bisschen seltsam, wie das läuft mit diesem Wald aufforsten. Das ist manchmal wirklich seltsam. Aber es heißt drum... Genau. Fluff. Fluff. Fluff, fluff. 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 Und Fluff. So, und dann würde ich da mal vielleicht ein Forsthaus hinsetzen. Da würde ich nochmal ein Forsthaus hinsetzen. Und dann würden wir vielleicht... Vielleicht da, wo es schon ein bisschen was gibt. So vielleicht ein Forsthaus hinsetzen. Genau. Wunderbar. Dann machen wir da mal einen Weg. Genau, so. Äh, nein, nicht das, sondern ich wollte einen Weg bauen. Also du, du, Baustelle hier bitte. Eins, zwei. Drei. Wieso? So. Genau, und das wäre dann ja hier du und du. Und dann du und du. Und hier hinten wäre das ja der Weg dann quasi einfach so ausgezeichnet. So, und dann haben wir dich hier und dann würde ich ja sagen, da oben müsste ein Ding hinkommen. Dann müssen wir hier mal gucken. Okay, der Weg ist noch nicht voll. Das heißt, den sollten wir vielleicht vervollständigen. So, da unten würde ich vielleicht mal die Steine wieder ausladen, was natürlich nicht mehr geht. Okay, dann gehen wir die da oben ab. Dann machen wir halt hier die Wege wirklich zu Steinwegen. Oh, ich liebe Greensleeves. So, wir müssen den Tabak im Auge behalten. Der geht zur Neige. So, dann brauche ich hier auf jeden Fall einen Marktplatz. Und den könnten wir ja dann mal so hinsetzen. Da hinten hätten wir jetzt natürlich viel bessere Bäume. Aber das ist jetzt gerade mal egal. So, was wir jetzt hier nämlich brauchen. Gut, was ich gerade im Kopf habe, war jetzt nicht Greensleeves. Sondern... Sondern... Should all the acquaintance be for a god? So. Wir machen hier mal ein bisschen die Sauerei weg. Und dann würde man hier oben mal sagen... Tabak wollen wir. Tabak. So, wir wollen natürlich möglichst... Na... Also, das würde ja bedeuten... So, wir planen gerade mal ein bisschen... Zabak-Plantage. Das wäre ja hier eins. Äh, äh, äh. Zwei. Das gleiche können wir dann hier machen. Äh, 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 äh. Okay, ich überlege gerade noch ein bisschen. Weil eigentlich müssten wir das ja eher so machen. Also, eigentlich will ich ja den produktiven Tabak haben. Dann schauen wir mal, ob wir die Tabak-Plantage... Genau, da könnte man eine hinsetzen. Äh, 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 äh. Da wäre eine. Äh, 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 äh. Da wäre eine. Und äh, 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 äh. Da wäre eine. Wow, die könnte man wirklich so richtig hochziehen. Da hätte man da wirklich vier. So, und so. Wunderbar. Okay. Dann müsste das ja... Zack, sein. Und eins, zwei, drei, vier. Zack, zack. Eins, zwei, drei, vier. Zack, zack. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Zack, zack. Eins, zwei, drei, vier. Wunderbar. Passt perfekt. Das eigentlich habe ich jetzt irgendwo verzählt. Gut, dann könnte man da einen reinsetzen und da einen reinsetzen. Später. Aber jetzt muss es erstmal natürlich laufen. So. Und das bedeutet für den hier, für unseren Wägelchen, bedeutet das... Hier geht's... Hier geht's... ...nach unten. Und... ...hier geht's auch nach unten. Und... Hier geht's auch nach unten. Das wäre so und das wäre so. Quatsch. Der wäre weg. Genau. Ja, und der wäre eigentlich sogar falsch. Weil... Das wäre ja dann sogar hier... Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Zack, zack. Hier rüber. Wunderbar. Okay. Und dann brauchen wir... ...den da auch nicht mehr. So, das ist alles Tabak. Dann muss ich wirklich dran denken, dass ich nachher Tabakplantagen baue. Und nichts anderes. So, du kannst mal eine Runde schlafen. Und da unten, wie schaut's... Oh, das ist sehr grenzwertig. Der Alkohol erholt sich gerade so ein bisschen. Die Lebensmittel sind okay. Gewürze sind, glaube ich, auch okay. Gewürze müsste ich im Auge behalten. Aber ich glaube, das ist okay so. Dann sollte ich hier vielleicht mal... ...etwas bauen. Zum Beispiel dich. ... ...so, das Tabak fällt auch noch ein bisschen. Der kann eigentlich wieder runter. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Ja, ja, die darf er alle bauen. Ich hab mir nämlich überlegt, ich werd nachher... Okay, das sind freie Händler. Ich hab mir überlegt, ich könnte mich ja irgendwo auf... ...seine Route setzen. Und da, wo die immer durchkommen, ...sie dann quasi abknallen. Also, die fahren ja hier durch. Dann würde ich mich hier hinstellen, dann würde ich die... ...päm... ...weg. Kommen die nächsten... ...päm... ...weg. Dazu bräuchte ich halt sechs oder acht Schiffe. Und wenn halt so viele Schiffe kommen, ...dann hab ich ein Problem. Ein Erzvorkommen ist erschöpft. Hm. Okay. Gut, dann müssen wir dich halt abreißen. Und dann müssen wir halt bei den Schiffen dann noch mal sagen... Ja, warte mal. Okay, du holst eh nur Ding ab. Dann müssen wir noch mal gucken. Okay, lädst du die auch aus? Der lädt die aus. Gut, dann gehen wir mal wieder da hoch. Dann würde ich mich mal hier umdrehen. So, so will ich das haben. Genau. Wunderbar. Und dann würden wir da jetzt mal diese... ...Tabakplantage hinbauen. Einmal hier. Einmal... ...hier. ...einmal hier. Was fehlt jetzt? Steine fehlen jetzt. Das ist ja mal ganz überraschend, dass Steine fehlen. Okay. Gut, also wir brauchen noch mal ein Schiff. Mit dem wir mal dahin flitzen und Steine einladen. So. Also du kannst 50 Tonnen Steine einladen. Dann freuen sich meine Metze wieder. Mach keine Metzchen. Haha. Wir flitzen mit dir da hoch. Du alte Flitzpiepe. Und dann würde ich hier mal sagen... ...Toto. Toto. Okay, da bräuchte ich 5. Wir könnten uns natürlich Steinmetze bauen. So, dann laden wir hier mal die Steine aus. Und dann sollte das jetzt alles wieder kein Problem sein. Hier kommt noch eine... ...eine hin. Und dann würden wir hier... ...mal einmal... ...Tabakplantage sagen. Und einmal Tabakplantage. So. Gut. Ähm... Dann kann der jetzt aber wirklich... ...die restlichen Steine ausladen. Und dann wieder runter... ...in die Bereitschaft. Gut. Dann gehen wir mal dahin. Du bist in der Bereitschaft. Dann würden wir hier vielleicht jetzt mal... ...die Steine bauen. Genau. Also. 1, 2, 3, 4. Oh, dich will ich angucken. Was machst du? Du holst Herz. So. Aber du holst dann auch noch in Zukunft... ...Tabakwarm. Und lädst aus Tabakwarm. Das ist perfekt. So. Wir gehen hier wieder auf die Plätze. 1, 2, 3, 4. Zack. Einmal so. Und einmal so. Und einmal so. Und so. Und so. Und dann geht es einmal hier rüber. Und einmal da runter. Oh, und ich habe schon wieder keine Steine mehr. Das ist ja überraschend. Na gut. Seistrom ist ja auch nicht wirklich wichtig. So. Gewürze. Oh, Gewürze wird jetzt... Ehe, das ist so nervig. Kaum hat man das eine erledigt... ...macht das andere wieder Probleme. So. Ich will doch einfach nur... Ich will doch einfach nur meine Bürger... ...ein neues Schiff ist vom Stapel gelaufen. Gut. Das ist sehr gut. Ich will doch einfach nur meine Bürger... ...ääh... ...konstant... ...versorgen, damit ich mich endlich in den Krieg stürzen kann. So. 1, 2, 3. Und wieder zurück. Kannst du da runter. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. So. Wo kriege ich denn die Gewürze her? 89. Da unten könnte ich auch Gewürze bauen. Wo habe ich Gewürze? Hier habe ich Gewürze. Okay. Kann ich da noch eine Gewürzplantage hinsetzen? Ja. Ich glaube schon. So. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage... ...weg... ...und weg... ...und weg... ...und... ...weg... ...genau, so. Dann müsste ich ja hier sein können. Wahrscheinlich ja genau. So, da könnte ich eine Gewürzplantage hinsetzen. Das heißt, das machen wir mal, dass wir da Gewürze hinsaubern. So, und dann würde ich... ...so, mal sagen noch. So, dann hätten wir nämlich da wieder zwei Gewürzplantagen. Und dann brauche ich da auch wieder Stein. So, dann... So, dann... ... ... ...